Ihre freundliche Metzgerei Robert Müller Familie, Frische, Freundlichkeit Hallo, ich habe den Liebarschein für den Lothar Steppan. Danke, ich gebe es mir weiter. Alles klar, ciao. Tschüss. Hallo, ich bin die Angelika Masson. Wir sind hier in der Metzgerei Robert Müller. Ich mache hier meine Ausbildung als Industriekauffrau. Und wir sind hier in der Zentrale. Bevor ich aber langweilig werde, geht durch den Betrieb. Danke. Dann danke, einen schönen Tag. Ciao. Guten Tag, mein Name ist Bianca Labig. Ich bin 20 Jahre alt und bin im dritten Ausbildungsjahr zur Industriekauffrau. Mir macht die Arbeit hier sehr viel Spaß. Und meine Mitarbeiter sind sehr nett und freundlich. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier wiedersehen würden. Ja, hallo. Mein Name ist Tobias Gress. Ich bin 26 Jahre alt. Ja, ich habe hier bei der Firma Metzgerei Robert Müller meine Ausbildung begonnen. Von 2007 bis 2009. Habe mich dann hier hochgearbeitet. Bin jetzt aktuell Abteilungsleiter der Finanzbuchhaltung. Ja, vielen Dank, dass Sie hier bei uns vorbeigeschaut haben. Und vielleicht sieht man sich ja in der Zukunft hier in meiner Abteilung als Auszubildender in der Finanzbuchhaltung. Ich heiße Dennis Hilderin. Bin 27 Jahre alt. Habe in 2007 meine Fleicherausbildung gemacht bei der Firma Robert Müller. Und vor zwei Jahren habe ich meinen Fleichermeister gemacht. Und bin jetzt schon seit acht Jahren hier im Betrieb. Und bin auch der Ausbilder hier im Betrieb. Und wir würden uns freuen, wenn wir demnächst mal ein paar Auszubildende kriegen. Und weil der Beruf, der macht Spaß, hat Zukunft und ist sehr variabel. Man kann viel dazulernen. Hallo, ich bin der Christian Metzger. Ich bin hier in der Firma Robert Müller. Erste Ausbildungsjahr. Ich bin hier in der Produktion. Hängen jetzt hier gerade Kochwürste auf. 18 K. auf eine Stange. Ja, gleich sieht man sich ja mal wieder. Ich bin hier in der Produktion. Hallo, mein Name ist Ulker Wien. Ich bin im zweiten Ausbildungsjahr. Und arbeite hier bei Robert Müller, der Metzgerei. Wie haben wir denn? Ich bin 18 Jahre alt. Und im zweiten Ausbildungsjahr. Dazu haben wir ein sehr schönes Team. Das besteht aus Eltern und aus Jüngern. Aber wir arbeiten alle kreativ zusammen. Wenn ihr das hier vorne gesehen habt, könnt ihr gerne auch mit nach hinten kommen. Wir haben auch sehr viel zu erdenken. Da könnt ihr ja mal mitschauen. Am besten kommt ihr jetzt mit. Die Marke ist nett, ist mir zu dick. So. Und weiter geht's. Also wir machen jetzt den Tolaros Salat. Dann sieht das Rad ungefähr so aus. Schmeckt verdammt lecker. Ich muss den mal probieren. So. Ich muss jetzt leider verdienen, weil ich den nächsten Konto warten draußen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hoffe auch, dass ihr uns vielleicht betrunken kommt. Und vielleicht bis bald. Tschüss. Ach, da seid ihr wieder. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck von unserer Firma erhalten. Unser kaufmännischer Geschäftsführer, der Herr Bagus, würde gerne noch ein paar Worte an Sie richten. Hallo. Mein Name ist Lars Bagus. Ich bin der kaufmännische Geschäftsführer bei der Unternehmensgruppe Robert Müller. Zu meinen Aufgaben zählt es, das geeignete Personal auszuwählen. Insbesondere natürlich auch die Auszubildenden. Wenn wir euer Interesse geweckt haben, dann schaut doch einfach auf unserer Homepage vorbei. Die Adresse findet ihr am Ende des Videos. Gerne können wir uns auch einfach nur anrufen. Wir freuen uns darauf. Ich kann euch versprechen, eine Ausbildung bei Robert Müller ist anspruchsvoll, abwechslungsreich und vor allen Dingen zukunftsorientiert. Und ich kann sagen, dass wir diesen jungen Mann vor über 20 Jahren bei uns auch in der Ausbildung haben. Und er hat seinen Weg gehabt gemacht und ist unser kaufmännischer Direktor geworden. Ihre freundliche Metzgerei Robert Müller Familie, frische Freundlichkeit Musik 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 Bis zum nächsten Mal.